Und die Vorentscheidung fällt sicherlich jetzt, wenn jetzt hier bei den beiden Kniesinnen auch der zweieinhalbfach Hauerbach so gut funktioniert. Und das tut er, dann ist hier eigentlich die Vorentscheidung, was Gold angeht, schon gefallen, weil dann patzen sie beim fünften Sprung vermutlich auch nicht mehr. Also das ist wirklich Wahnsinn, was die beiden hier zeigen, wie exakt, also die beiden sind, springen wie ein Uhrwerk, uns einfach schön anzusehen. Auch bei Hauerbach, wo ja wirklich die unterschiedlichsten Absprungtechniken...